Herzlich Willkommen Freunde zu einem neuen Video von Crypto Corolla. In diesem Video geht es darum, dass die Federal Reserve wieder 100 Milliarden US-Dollar neue Liquidität auf dem Markt gespielt hat. Unter anderem, dass 1200 deutsche Banken in der Zukunft Crypto Assets anbieten werden und der neuesten Partnerschaft von Bitpanda mit Visa. Aber wir schauen uns erstmal den Markt an. Denn wie wir sehen können, macht der Markt nach dem gestrigen Treffen der US-Zentralbank und den Aussagen von Powell eher wenig. Denn wenn wir uns konkreter die 10 ersten Crypto Assets anschauen, dann sehen wir hier, dass sowohl stündlich als auch täglich die Währungen zum Teil etwas im Plus und auch etwas im Minus sind. Und was natürlich ganz besonders hier vorne auffällt ist Arbitrum, die gestern auf den Markt gekommen sind bei 5,31 Dollar und erstmal Abfahrt komplett abverkauft worden sind. Ich habe mich aktuell noch gar nicht so konkret mit dem Projekt beschäftigt und sie werden jetzt erstmal über die nächsten Wochen und Monate ihren fairen Wert finden. Denn aktuell pendelt sich der Wert um die 1 Dollar Marke bis 1,50 ein. Und wenn wir nochmal auf den Bitcoin zu sprechen kommen, dann können wir auch hier sehen, dass über die letzten Tage der Bitcoin um die 28.000 Dollar Marke stagniert, weil dann hier kurzfristig eingebrochen ist nach dem Zentralbank Meeting, aber sich so langsam wieder erholt. Denn diese Zickzack Bewegung könnte demnächst schon ein Ende finden. Denn nach den aktuellsten Berichten zu folgen, hat die FED wieder ihre Gelddruckmaschine angestellt und ihren Bilanzen zufolge in der letzten Woche vom 15. März zum 22. März weitere 100 Milliarden US-Dollar auf den Markt gepumpt. Also weist jetzt die Bilanz einen Wert von 8,7 Billionen insgesamt auf, die auf dem Markt sind. Und wie man das hier anhand der offiziellen Statistik dem Chart nochmal entnehmen kann, sieht man das ganz gut. Denn seit letztem Jahr 2021 vor dem Covid-Stimulus haben wir nie wieder so einen Anstieg gesehen, wie den, den wir jetzt aktuell sehen. Und dabei dürft ihr nicht vergessen, dass in der Woche zuvor im Rahmen der Bankenkrise schon 200 Milliarden US-Dollar in den Markt gepumpt worden sind. Das heißt, dass die Federal Reserve gerade mal in den letzten zwei Wochen über 300 Milliarden US-Dollar an frische Liquidität in den Markt gespült haben. Das hat kurzfristig natürlich auch einen positiven Effekt, da diese neue Liquidität auch zu positiven Signalen für die Cryptoassets, sowohl Bitcoin als auch die Altcoins führt. Denn ohne diese Gelder hätten wir so kurzfristig nicht die 28.000 US-Dollar geknackt und würden eventuell auch in Zukunft über die 30.000 Dollar Marke steigen. Doch wie sieht es in der langfristigen Sicht aus? Und da ist das ein großes Problem. Denn dieses Problem führt zu einer erhöhten Inflation wieder und einer Entwertung des US-Dollars. Deswegen ist klar, der Schritt notwendig gewesen, um Banken zu retten und um das Klima letztendlich auch positiv im Bankensektor aufrecht zu erhalten und eine komplette Katastrophe in den USA, aber auch global zu unterbinden. Jedoch ist auch zu beachten, dass dieses Verhalten der Federal Reserve Ihnen früher oder später auf die Füße fallen kann und mit steigender Inflation auch uns. Kommen wir zu einer weiteren nice News hier aus Deutschland. Denn dank der DWP-Bank gelingt nun im Bereich von Kryptowährungen in Deutschland der Durchbruch. Denn die Bitcoin- und Kryptoadoption schreitet immer weiter voran und es könnten bald bis zu 1200 Banken und Sparkassen hier in Deutschland Bitcoin und andere Kryptoassets wie Altcoins etc. anbieten. Denn hierbei darf man nicht vergessen, dass mit rund 1200 deutschen Banken die Deutsche Wertpapierservice Bank AG das führende Institut für Wertpapier-Dienstleistungen ist. Dabei greifen die Banken und Sparkassen auf die Infrastruktur des Dienstleisters zurück, um ihre Kunden Wertpapierservices anzubieten. In der Pressekonferenz von gestern heißt es, dass mit ihrer neuen Plattform es möglich ist, angeschlossenen Banken Optionen bereitzustellen, ihren Kunden Bitcoin sowie diverse andere digitale Assets anzupreisen. Und das Gute ist, die Planungen sind bereits abgeschlossen und der Startschuss ist abgefeuert. Den Anfang für Kryptoangebote macht die MLP Banking AG. Denn dabei heißt es konkret, in Zusammenarbeit mit der DWP-Bank möchten sie nun ihren gemeinsamen Kunden zukünftig den Handel mit Kryptowährungen ermöglichen. Da Kryptoassets hervorragend zu ihrem Angebot im Vermögensmanagement passen und sie dementsprechend die Signale und Nachfragen ihrer Kunden erhalten haben. Und immer weitere Banken hier in Deutschland springen auf diesen Zug mit auf. Denn auch die UZAT gibt bekannt, dass dieser Service für alle Retail-Kunden in der zweiten Jahreshälfte geplant ist, so dass sie relativ easy in Kryptoassets investieren können. Ein wichtiger Schritt in Richtung Massenadaption und das ist nur der erste kleine Stein, der rollt. Und vergiss dabei nicht, wir sind noch ganz am Anfang. Denn aus diesem kleinen Stein oder Schneeflocken wird irgendwann eine Lawine, die in nahe Zukunft kommen wird. Und da wir alle sehr früh in diesen Markt investiert haben, werden wir auf jeden Fall von profitieren. Des Weiteren gibt es noch spannende News von unserem Nachbarland Österreich. Da ist Bitpanda als Kryptobroker eine Kooperation mit der Visa eingegangen. Denn mithilfe des Partnernetzwerkes von Visa will Bitpanda im B2B-Bereich weiter durchstarten und bietet seine hauseigene Technologie-Schnittstelle an. Denn Ziel dieser Kooperation sei es, eine von Bitpanda entwickelte Technologielösung in das institutionelle Partnernetzwerk von Visa zu integrieren. Dabei kommt zum Vorschein, dass die Partner von modernster Digital Asset-Infrastruktur, Services und regulatorischen Exzellenzen profitieren können und diese eben an ihre eigenen Kunden weiter vermitteln können, um es sicher und konform anzubieten. Denn allein über Bitpanda Tech kann Visa seinen Kunden über 2500 Vermögenswerte aus Krypto, Aktien und Rohstoffe etc. anbieten. Diese Lösung wird ebenfalls von der deutschen Neobank N26, den einige was sagt, bereits mit Erfolg angewendet. Und auch hier definitiv positives Zeichen in Richtung wichtiger Zahlungsdienstleister wie Visa, die ebenfalls auf Kryptowährungen und Blockchain-Technologie setzen. Und zu guter Letzt noch eine spannende News aus El Salvador, dem Bitcoin-Land schlechthin, der ja mit Schlagzeilen auf sich aufmerksam gemacht hat. Das erste Land, das den Bitcoin als offizielles Zahlungsmittel akzeptiert. Und diese Schlagzeilen lassen nicht ab. Denn jetzt gibt der Präsident bekannt, dass er alle Einkommens-, Vermögens- und Kapitalertragssteuern auf technologische Innovationen eliminiert. Das hat natürlich den Vorteil, dass die Bevölkerung dazu angekurbelt wird, weitere innovative Technologien herauszubringen, sich damit zu beschäftigen und herauszubringen und natürlich die Innovationskraft sowie die Ausbildung in diesen Bereichen zu fördern. Also von meiner Seite aus sehe ich das als absolut smarten Move, denn wir werden in Zukunft sehen, wie sich das Land weiterentwickeln wird. Aber im Hinblick auf Tourismus, Finanzstabilität und auch Arbeitsplätze hat sich definitiv die Bitcoin-Einführung als offizielles Zahlungsmittel bewährt. Denn der Präsident von El Salvador sieht es genauso wie wir. Der Kryptozug hat keine Bremsen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Peace.